Moin, mein Name ist Tim Rieskamp-Götheking und Reitsport ist bei uns Team und Familiensache. Herzlich willkommen zu einer neuen Zugast-Beifolge. Wir sind in Steinhagen bei Tim Rieskamp-Götheking und ich kann euch versprechen, es wird nicht nur idyllisch, sondern auch zuckersüß. Tim, ihr habt anscheinend nicht nur ein Herz für Großpferde, sondern auch für sehr süße Ponys. Wie kam es dazu, dass ihr hier eine Shetty-Zucht habt? So mit 12, 13 Jahren habe ich einen Tächter auf dem Markt, und mich mal von so einem Händler verhaften lassen, will ich mal sagen. Der hat mir mal zwei Ponys angedreht. Der kam bei uns aus dem Ort und hat die dann auch noch nach Hause gebracht. Ja, und da war der Grundstein mitgelegt und irgendwie bin ich dann nie so richtig mehr davon abgekommen, will ich mal sagen. Das kann ich verstehen. Das hat jetzt keinen speziellen Hintergrund oder so, sondern ist wirklich nur so ein Faible, was sich irgendwie so ein ganz bisschen immer mit durchgezogen hat in unserer Zeit. Also, in der einen curent ist, würde ich ein bisschen besser mit mir ausprobieren, weil ich mir nicht mehr so richtig habe, dass ich es glaube, dass ich die haben mir so richtig gut gemacht habe. Also, in der einenader, der Angelegenheiten weiß nicht noch nicht wirklich gut, Und ich kann meineượng mit mir nicht mehr so richtig auf einmal ausprobieren,